Die Sea-Watch im Mittelmeer. Zwischen Malta und Libyen will das deutsche Schiff Flüchtlinge retten. Eine reine Privatinitiative, finanziert überwiegend von Spenden. Seit Ende Juni sind die Aktivisten auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Crew auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz. Wir waren dann ungefähr 19 Meilen vor der libyschen Küste und haben dort ein Schlafboot angetroffen mit 100 und 105 Menschen. Das Boot lief voll hinten am Spiegel, kam das Wasser rein unter dem Motor. Und wir haben zwei Rettungsinseln ausgebracht, die wir dann dort eingesetzt haben, um die Menschen dort in Sicherheit zu bringen. Irgend fünf Stunden gewartet, bis irgendein Hilfsschiff kam. So lange haben wir sie dort gesichert. Das Schiff, das schließlich zur Hilfe kommt, fährt für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Mit denen war eine hervorragende Zusammenarbeit. Aber das, was von der Regierung und von der EU behauptet wird, dass dort Schiffe im Einsatz sind, die Menschen retten, das ist einfach gelogen. Es sind dort keine Rettungsschiffe im Einsatz. Es gibt Schiffe von der Marine, die mal Leute abtransportieren, die von der Worm Argos oder von der Phoenix oder von uns dann an Kriegsschiffe übergeben werden. Aber das ist ein reiner Shuttle-Stocks. Diese Schiffe retten nie. Insgesamt hat die Sea-Watch nach eigenen Angaben allein in den wenigen Wochen ihres Einsatzes bereits knapp 600 Menschen in Seenot gerettet. Gesamt. 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 Vielen Dank.